Also irgendwie bin ich froh, weil ich hier raus bin. Naja, seltsame Stimmung. Ja. Nicht so, also nicht mehr exigent, aber irgendwie blieb ich illegal zu holen. Ich glaub, das war, wie wir ankamen in Albanien heute Nacht. Jetzt sehen wir wenigstens, wo wir hinfahren. Ja. Gleich wieder. ... Zweiatas. ... Bullquiz Das war's für heute.